Äh, natürlich werden wir für Chloe Partei ergreifen. Das ist, was wir nicht mögen. Sie sogar mich beschränken. Ich respektiere Ihren Service, aber Sie nicht respektieren. Sie sind so viele in Chloe's Wohnung. Das ist illegal. Also ist es schrecklich, wenn die Familie in deinem Arbeit. Warum haben wir das Kate Martin und Rachel Amber in den Falt? Ist das wahr? Ja, David. Wenn ich nicht, haben Sie die Falt? Ich finde es sehr gefährlich. Ich würde nicht, um diese Art von Interrogation zu nehmen. Nicht von euch, Hux. Vielleicht, du, calm dich. Oh, du, 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 du. Aber natürlich, wir können uns alle zusammen. Ooooooh. Tadem? Du gehst dann zu einem Hotel und du kannst dich das herausfinden. Du kannst mich aus meiner eigenen Hose. Das ist mein Haus. Das ist mein Haus. Das ist mein Name. Du wirst die Law, gleich. Nein, ich dachte, ich würde das nicht machen, als wenn ich auf dem Plan bin. Wie kann ich sein, Chloe? Was? Bitte, bitte, shut up. Ich hoffe, du hast es mit dir gemacht. Wir gehen zurück und machen mal die andere Diskussion. Ah, geht das irgendwie schneller? Mit Steuerung? Ja, wir mit dem. Ah, ok, wir müssen noch einmal mit ihr anfangen zu reden. Ja, ja. Ja, ich bin auf dem Buster. Ich bin auf dem Buster. Vicky, ist das du, Rachel? Ja, ich bin auf dem Buster. Dann, stop, präten, das zu mir. Sie präten sie mit dem Surveillance-Tanker. Sie können auf dem Buster spüren. Nein, 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 nein. also, ja, ok, dann. Wir wissen nicht, dass David etwas hat, und niemand hat etwas gegen ihn. So weit wie wir wissen, es ist Nathan Kressen. Ich würde David Kressen machen. Ich würde David Kressen machen. Wie würde ich. Wie generös ist, Max. Sollte es nicht egal, wie schade du dich ist. Wenn du die falsche Fälle auf deine Klasse bist, oder wie du immer aufhören, wie du bist. Enough! Ich möchte niemanden sehen, dass die Kinder gemacht haben. Ich möchte dich sagen und von ihm wie ich refrigerieren. Ich will nicht mal jemanden sein. Wenn du dich in der Zeit hast, dann wieder zu Hause. Wenn du beide alleine sertest, Sie gehen bei mir, und schau dir die Arbeit gehen. Ich muss dich jetzt nicht aufhören. Sonst bin ich davon. Wie du bist? Wenn du dich nicht aus ... July 5, 2020 Nein, 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 jetzt wo ich die zwei Diskussionen durchgegangen bin, ist das wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Ach ja? Idiot. Ich bereue es gerade wieder. Ja, die muss sowieso zu uns halten, die hat eh keinen anderen zum Feiern. Äh, können wir jetzt drüber reden, was ich gefunden habe? Dummes Kind. Ach, halt doch die Klappe. Okay, dann verlassen wir sie. Die kann mich gern haben. Ja, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Casual ninjas? Finde ich gut. Wo ist der Segler hin? Oh mein Vater, ist das der Segler? Hmmmmmmmmmmmmmmmm! Jetzt haben wir irgendeine andere Sprachoption mit ihm. Forellen gibt es nicht im Meer. Ja. Na dann. Schauen wir uns mal die Dinge an. Offiziell ausverkauft, aber ich habe uns Tickets organisiert und musste dafür ein paar Typen verscheuchen. Verdammte Nerds. Okay. Ihr Vater hat auch geschrieben. Verzeiht, dass ich mich nicht ehe gemeldet habe. Ich weiß, du bist traurig, aber deine Mutter und ich wissen, dass du alles in deiner Macht stehendet getan hast. Manche Dinge bla 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 bla. Wenn du zum Relaxer nach Hause kommst und hier auf eine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit offen. Küsschen, Papa. Okay, das wäre allerdings eine gute Option, dieses Dings da zu verlassen. Okay. 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 Dann. So. Beide. So. 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 Was passiert, wenn wir mal das verteilen? Na, sprechen wir mal mit ihm. Was passiert, wenn wir mal mit ihm sind? Was? 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 Hmm. Wo sind wir das? Komische Stadt, David Madsen. Was ist das? Aber das mit der Knarre. Ich bin glücklich. ... ... ... ... ... ... Und wenn ich jetzt noch ein paar, dann kann ich noch ein paar Minuten sehen. Okay, Vatmar. Das war zwar eine Information, aber nicht in dem Gespräch. Okay, okay, hey. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. 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 Ich versuch muss mal damit So, jetzt verteilen wir das Essen Schnappen uns den Schlüssel Und ja, wieso nicht? Ok, ok, also doch was anderes Die Magik von Franks Are you? I'm afraid I'll have to take the cheese now, asshole Bitch You did not just do that Give me back my cheese, bitch Give me my cheese now Give me my cheese now She broke Now back to her Aha Das war ja einfach Na, das Mittel kenn ich doch auch schon Hey Alissa! I had a lot of talk, Mark But I'm drowning in Tulsa Ok, dann nicht I should know The amazing spider hat I couldn't adore that one Now let's see the game Okay We'll need the snacks On the mark, get set Drop! We'll need the snacks Ruined Got to the snacks, boy We need a mystery Äh... Tja. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Wenn es dich so fertig macht. Werfen wir es halt Richtung Parkplatz. Hallo? Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Andererseits, ich kann noch rumrennen. Und? Ach Gott. Ich kann nicht rewind. Ach Gott. Habe ich das Spiel tatsächlich kaputt gemacht? Hey, da ist ein toter Vogel. Ja. Könnten wir vielleicht da reingehen? Ja. Und dieses Ding. Ah. Sehr ärgerlich. Ich kann schreiben. Mh. Hm. Okay, 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 okay. Okay, das bedeutet, kann man vielleicht speichern hier an dieser Stelle und versuchen nochmal. Ja, okay.